Einige wenige Corona-Fälle werden am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt Peking entdeckt und daraufhin wird von den Behörden sofort ein Lockdown über Teile der Hauptstadt verhängt. Die Menschen in den fünf betroffenen Stadtvierteln sind angewiesen worden, zu Hause zu bleiben. Unter anderem abgeregelt ist der südliche Bezirk Taqing, in dem allein 1,6 Millionen Menschen leben, die jetzt die Stadt nicht mehr verlassen dürfen. Anfang Jänner waren in der Provinz Hibai, die Peking umgibt, mehrere Corona-Infektionen aufgetreten. Im Zuge dessen sind die Provinzhauptstadt Xiangzhuang sowie weitere Metropolen abgeregelt worden. In China war vor gut einem Jahr das neuartige Coronavirus weltweit erstmals festgestellt worden. Mit strikten Maßnahmen wie der Abregelung ganzer Städte und Regionen sowie Massentests hat das Land das Infektionsgeschehen bis zum Frühjahr unter Kontrolle gebracht. In den vergangenen Wochen jedoch sind einige hundert Corona-Infektionen in der Volksrepublik nachgewiesen worden. Vergangene Woche ist zum ersten Mal seit Mitte Mai ein Mensch an Covid-19 gestorben. Die chinesischen Behörden ergreifen entscheidende Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, auch weil die Ferien zum chinesischen Neujahrsfest vom 11. bis 17. Februar bevorstehen. Aus diesem Anlass begeben sich üblicherweise Abermillionen von Chinesen auf Reisen zu ihren Familien. in den letzten Jahren Untertitelung des ZDF, 2020